Hallo zusammen, der User kumquat555 hat mich gefragt, ob ich nicht was zur Killerspieldebatte machen könnte. Und ja, ihr seht das Video, also mache ich was dazu. Als Nerd mit zu viel Tagesfreizeit werde ich mal das machen, was Politiker und Medien nicht so ganz auf die Reihe bekommen und gucke mir ein paar Fakten an. Die ersten Fakten kommen von einem meiner persönlichen Lieblingsballerspiele, Halo. Für alle von euch, die Halo nicht kennen, ist es im Grunde wie Counter-Strike, nur im Weltall mit Aliens und mit Handlung. Also besser und cooler. Wir nehmen mal nur das erste Exemplar der Reihe, Halo 1, mit Verkaufszahlen von 6,4 Millionen Exemplaren. Das heißt, diese 6,4 Millionen Exemplare müssten wir jetzt mit irgendwas aufwiegen. Ich habe hier mal eine Tabelle ausgegraben, ihr könnt auch unten dazu den Artikel komplett nachgucken. Der ist, wenn ich mich nicht irre, von 1913 bis 2009, dann wurde der Artikel nämlich veröffentlicht. Und wir haben hier nicht ganz 300 Amokläufe, um genau zu sein, 294 Amokläufe. Das heißt, wir werden das jetzt mal aufwerten. Also wir nehmen ein wenig Dreisatz. Das heißt, wir nehmen unsere 100%, dividieren sie durch die 6,4 Millionen verkauften Exemplare und multiplizieren das Ganze mit den 294 Amokläufen. Und das heißt, wir haben jetzt den unglaublich hohen Prozentsatz von 0,00459375%. Oder um es etwas größer auszudrücken, auf jeden Amokläufer kommen 21768,7 Leute, die Halo 1 gespielt haben. Das heißt, das ist jetzt schon nicht so ganz überzeugend mit dem Killerspiel-Argument. Wenn man sich dann noch überlegt, dass ich mich nur um ein Spiel gekümmert habe und da draußen noch etwa tausende andere sind, die als Killerspiele und Amokläufe fördernd getätigt werden, dann... Ja, das Argument ist vollkommen schwachsinnig. Ich könnte eigentlich das Video jetzt beenden und sagen, wisst ihr was? Killerspieler haben nichts mehr zu tun, meine Aufgabe ist erledigt. Aber ich habe eine Idee und ich möchte wissen, ob ihr die für einigermaßen angebracht haltet. Wenn man sich mal die Amokläufe so anguckt, sind die meisten Amokläufer soziale Außenseiter. Sie haben eigentlich in dem Sinne kein soziales Umfeld. Sie haben einen Arbeitsplatz oder eine Schule, zu sehr, die sie sich hinschleppen und haben in ihrem Leben eigentlich nur Enttäuschung erlebt. Sie wurden von den Eltern abgelehnt, sie wurden in der Schule gehänselt und wenn sie einen Arbeitsplatz haben, sind sie damit auch nicht glücklich. Das heißt, dieser Konflikt im sozialen Umfeld bringt diesen sozial Ausgestoßenen dazu, sich Fluchtfantasien zu suchen, wie zum Beispiel Killerspiele. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wenn ich zum Beispiel einen schlechten Tag habe, dann mache ich den Rechner an, zocke eine Runde Skyrim und hey, nach ein paar toten Kindern in den Dörfern ist wieder alles super. Aber einige Leute haben die Schnauze irgendwann so voll, dass sie sich denken, wisst ihr was Leute? Fickt euch. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich meine, wenn man zum Beispiel mal zurückdenkt an diese Zeit auf dem Schulhof, da gab es immer diesen großen Zehntklässler, man war selber in der 6. oder 7. Klasse und der hat einem immer das Pausenbrot geklaut. Und irgendwann haben sie sich gedacht, fick dich du Arschloch und ist auf den Typ losgegangen. Man kam mit einem blauen Auge nach Hause, aber der Typ hat einen in Ruhe gelassen. Dieser Ausweg kommt aber für diesen sozial Ausgestoßenen, der nachher Amok läuft, nicht in Frage. Weil dieser jemand sich selber so unsicher darüber ist, was er kann und was er wert ist, dass er sich denkt, ich mache euch alle richtig fertig und besorgt sich Waffen, irgendwelchen Sprengstoff, wenn er kann und dann geht er ab zu seinem Arbeitsplatz, zur Schule oder wo auch immer er die Konflikte hat und löst seine Konflikte, indem er seine Konfliktperson und am Ende auch sie selber tötet. Da sieht man zum Beispiel schön in Columbine. Zwei sozial Ausgestoßene nehmen Rache an ihrer Schule. Diejenigen, die immer vernünftig zu ihnen waren, haben sie laufen gelassen, während sie die Arschlöcher, die sie dann damals geärgert haben, einfach stoffen Haufen geschossen haben. Wie gesagt, das ist nur meine Theorie, ich könnte jetzt rüberkommen wie irgendein brabbelnder Vollidiot, was ich eigentlich immer tue und darum möchte ich das Video hier jetzt auch eigentlich beenden. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe eine neue Audio Software, das heißt, in die Kommentare könnt ihr dann reinschreiben, was ihr von meiner Theorie haltet, was ihr von der neuen Audio Software haltet und was ihr allgemein zum Thema Amokläufe, Killerspiele und so weiter haltet. Bis denn und ciao!